Ja, wir sind hier auf unserer Finca in Mallorca und wir sind super zufrieden. Das war die absolut richtige Wahl. Ein ruhiges Fleckchen und trotzdem alles, was wir brauchen. In der Nähe, Supermärkte, das Meer. Ja, was ich gut finde, ist der Pool. Da kann man super drin schwimmen und nachts leuchtet der auch der Kies. Das sieht immer cool aus. Und wir haben hier eine Tischtennisplatte. Schläge sind auch vorhanden. Da können wir mal spielen. Ja, für meinen Mann ist besonders schön, dass wir einen Grillplatz haben. Und für mich ist toll, dass die Küche komplett eingerichtet war. Ja, ich kann mich nicht beklagen. Und was noch toll ist, ist, dass wir hier freies WLAN haben. Finca Jörgke. Dein Finca Urlaub.